Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, dass wir gerade eine Sternstunde der logischen Beweisführung erlebt haben. Ich bin gespannt, ob man vielleicht auch trotzdem, um auch beim Bundespräsidenten zu bleiben, etwas unverkrampft in diese Debatte hineinkann. Der Kollege hat gerade eben diesen etwas laxen Tonfall auch vorgelegt. Ich erlaube mir dieses laxe Bild in der aufziehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist oft von Doppelpässen die Rede. Ein taktisches, ein strategisches Mittel setzt mehrere Dinge voraus. Es muss genau zum richtigen Zeitpunkt sein. Es muss zielgenau eingesetzt sein. Es muss für eine Perspektive und mit einem Überblick über das Gesamte passieren. Nur dann funktioniert er. Ich glaube, dass man – ich habe hier keinerlei Gründe als Vertreter der CDU und CSU –, die SPD aus ihren Wahlkampfversprechen zu erlösen. Aber wenn eins richtig ist, dann doch wohl, dass in diesem Koalitionsvertrag tatsächlich die Frage der doppelten Staatsangehörigkeit nicht nur angesprochen, sondern geregelt wird und das auch mit Sicherheit nicht schlecht. Deshalb, glaube ich, ist die etwas marktschreierische Art, die wir heute hier hören, nicht besonders dienlich. Natürlich war die Optionspflicht immer ein Kompromiss mit allen Nachteilen, mit allen Unwägbarkeiten und vor allem mit auch Ihrem damit verbundenen Bürokratieaufwand. Genau darum ging es uns ja, dass man einerseits das Ganze nicht zu einem Monstrum aufbläst, aber auf der anderen Seite natürlich die Menschen nicht vor dem ständig drohenden Loyalitätsthema verzweifeln lässt. Interessant ist aber doch das Ergebnis auch der Optionspflicht, zu sagen, dass sich weit über 90 Prozent am Ende doch mit einem Bekenntnis zu dieser deutschen Staatsbürgerschaft bereit erklärt haben. Eine Confessio, jawohl, das will ich, das ist meine Entscheidung. Und interessant ist schon, dass wir ja bei der Frage des Staatsbürgerschaftsrechts natürlich immer auch nicht nur um bürokratische Monster, um Bürokratie, um Staatsrecht, um Staatslehre, sondern um eine Werte- und Kulturgemeinschaft ringen. Ja, natürlich. Die Linke hat es heute ganz einfach. Also nicht nur, dass man Copy und Paste drückt und im Wege des Plagiats die Bundesratsvorlage heute mal in den Deutschen Bundestag einbringt. Denn Sie könnten es sich noch einfacher machen, indem Sie das sagen, was Sie wollen. Die Linke will die Abschaffung einer Staatsbürgerschaft einer Deutschen. Dann sagen Sie es auch, wenn Sie so meinen. Dann sagen Sie auch, dass das für Sie ein überkommenes Modell ist, dass ein Bekenntnis zu diesem deutschen Staat nicht gewollt ist. Dann sagen Sie es aber auch so und verbergen es nicht hinter einer Kritik, die sich letztendlich in einem Werfen von Nebelkerzen abbildet. Ich meine, dass wir bei der Frage, den Menschen in besonderen Ausnahmefällen eine doppelte Staatsbürgerschaft zuzubilligen, heute einen ganz, ganz großen Schritt weiter sind, weil wir mit einem Akt des Vertrauens auf die Menschen zugehen. Zu sagen, jawohl, Sie haben bewiesen durch familiäre Zugehörigkeit, durch das hier aufwachsen. Das ist nicht irgendein Hirngespinst, sondern es ist ein Beleg, dass man in diesem Land Fuß gefasst hat, dass man seine Wurzeln eben gerade nicht kappt, dass man nicht vergessen muss, wo man herkommt, dass man seine Identität nicht gegeneinander ausspielen muss. Aber dass man in diesem Land, was die Vergangenheit betrifft, Fuß gefasst hat und vor allem, was die Perspektive betrifft, das heißt, dass man sich eine Zukunft in diesem Land, eine Zukunft mit den Menschen, eine Zukunft im Miteinander einer deutschen Kultur- und Wertegemeinschaft vorstellen kann. Das bedeutet dieser heutige Gesetzentwurf. Ich habe kein einziges Argument bisher gehört, was diese Frage wirklich zum Einsturz brächte. Ich habe kein einziges Argument gehört, warum es falsch sein soll, dass ein Mensch, der in diesem Land aufwächst, der in diesem Land zur Schule geht, der in diesem Land letztendlich auch Kontakte knüpft für seine Zukunft, für seine eigene Lebensperspektive, warum das sinnlos sein sollte, tut mir leid, kein einziges Argument. Es geht ausschließlich darum, dass wir den Menschen, die mit einer anderen Geschichte, einer Migrationsgeschichte, einer Zuwanderungsgeschichte in ihrer Familie in diesem Land sind, sie nicht vor diese entscheidende Botschaft stellen, zu sagen, und jetzt sollst du dich entscheiden. Natürlich sind das immer Kappungen, es sind immer Fristen, es sind immer Entscheidungsgrundlagen, die in Jahren, die in bestimmten Akten fußen. Staatsbürgerschaftsrecht ist so. Das können wir auch durch die Frage der heutigen Diskussion nicht abschaffen. Und letztendlich müssen wir aber immer noch deutlich machen, die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas Wertvolles. Im Sinne des Wortes vollwerten, das bedeutet auch, dass die Menschen wissen müssen, womit sie umzugehen haben. Und da bin ich bei dem Thema der Integrationspolitik. Also es gehört schon viel Chuzpe dazu, zu sagen, dass wir mit diesem Gesetzentwurf die Integrationspolitik verhindern oder behindern würden. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, auf jeden Fall ist es eine ganze Dekade, zehn Jahre hintereinander, wird der bundesdeutsche Haushalt in der Frage der Integrationskurse im innenministeriellen Haushalt tatsächlich aufgefordert. Er wird aufgedoppelt. Wir legen ständig in dieser Frage zu. Milliarde um Milliarde. Und deshalb kann ich nur sagen, am Ende des Tages zu behaupten, es würde ein integrationspolitischer Fehlakt sein, das verkennt die Realität total. Im Gegenteil. Integrationspolitisch muss man deutlich sagen, wir wollen den Menschen eine Perspektive der Integration geben, weil sie selber bereits ein Bekenntnis abgelegt haben, indem sie in diesem Land aufwachsen und vor allem auch ausgebildet wurden, Kontakte geknüpft haben. Das bedeutet doch Integration. Ich muss aber doch den Menschen auch sagen, wo hinein sie sich integrieren. Wohin sollen sie sich denn integrieren? Wenn diese Gesellschaft etwas komplett Beliebiges hat, wenn sie nicht mehr existiert in ihrem Kern, dann weiß der Betreffende eigentlich nicht mehr, hat es denn überhaupt noch einen Sinn, außer praktischen Gründen des Reisens und vielleicht ein bisschen Sicherheit im Ernstfalle, dass ich auch noch eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Es muss schon noch eine besondere Art und Weise sein, warum wir tatsächlich sagen, eine doppelte Staatsbürgerschaft kann und soll zugelassen werden. Und das bedeutet aber auch, dass wir an den Ausnahmen denken müssen. Wir müssen denken, dass diese doppelte Staatsbürgerschaft immer noch die Ausnahme sein soll, weil wir die Menschen natürlich trotzdem in einen Wettbewerb schicken. Wir schicken sie in einen Wettbewerb unter bestimmten Nationen und Abstammungen. Das kann auch etwas sehr Sinnvolles sein. Und im Ergebnis sage ich dann am Ende des Tages natürlich hat es auch etwas mit einem demografischen Faktor zu tun. Der Kollege Brandt hat es angeführt. Es geht doch hier nicht um die Frage der Quantität, sondern es geht darum, dass Menschen, die in diesem Land ausgebildet sind, hier Abschlüsse haben, hier etwas gelernt haben, dass sie auch ihrerseits eine Bindung zu diesem Land erfahren und sagen, diese Kenntnisse, das, was diese Gesellschaft in mich investiert hat, das möchte ich auch ganz gern versuchen hineinzubringen. Herr Kollege Frieser, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mutlow? Ich dachte, ich hätte mich schon fehlgesehen. Aber Kollege, bitte schön, dann tun Sie das. Danke, Herr Präsident. Danke, Herr Frieser. Ich habe eine ganz banale und kurze Frage. Es ist Ihnen bekannt, dass in unserem Land bereits ca. 5 Millionen Menschen einen Doppelpass haben und dass die Bundesrepublik Deutschland mit 53 Ländern dieser Erde sogenannte Doppelstaatsangehörigkeitsabkommen hat oder Hinnahme der Mehrstaatlichkeit vereinbart hat. Und warum sehen Sie dann ein Problem, dass man das auch auf den Rest der Menschen, die in diesem Land leben, ausweitet? Herr Kollege, weil schon der Begriff Rest Ihre Haltung zu diesem Thema darstellt. Dass es etwas ist, was wir hinzunehmen haben, hat erstens etwas mit der Historie dieses Landes zu tun. Wir kommen aus einer Geschichte, in der wir in vielen Einzelfällen mit Staaten gut daran tun, tatsächlich auch aus Sicherheitsgründen und Bedenken eine doppelte Staatsbürgerschaft zuzulassen. Das heißt aber im Umkehrschluss tatsächlich nicht, dass wir automatisch sagen können, weil wir in diesen Ausnahmefällen so etwas zulassen, dass wir auf der anderen Seite sofort auch akzeptieren, dass alle anderen in diesen Genuss kommen. Das würde eine besondere Gleichmacherei bedeuten, bei der die Voraussetzungen dafür aus meiner Sichtweise nicht erfüllt sind. Zweiter Teil der Antwort, gerade auch die Europäische Union, die sich als Kultur- und Wertegemeinschaft begreift, daran hat es einen Sinn, zu sagen, wir nehmen doppelte Staatsbürgerschaften gegenseitig auch wirklich ernst. Und tun Sie mir einen Gefallen mit dieser stilistischen Volte der Reduktio ad Absurdo, in dem Sie sagen, also nur durch die Tatsache, dass ich das jeweils übertreibe, haben Sie trotzdem immer noch kein Argument geliefert, warum die Staatsbürgerschaft nicht ein besonderer Akt bleiben soll, weil wir gegebenenfalls in bestimmten Fällen eine doppelte Staatsbürgerschaft verleihen, wie heute, wie hier in diesem Fall. Und deshalb, liebe Kollegen, der entscheidende Punkt bleibt, dass wir uns auch, wenn wir den jungen Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft zur Verfügung stellen, sie dazu auffordern, mit ihren Wurzeln, mit ihren Kenntnissen, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Perspektiven auch in einen Wettbewerb zu treten, dass wir sagen, die Menschen können ihre Herkunft in dieses Land einbringen und wir hoffen, dass der optimale Fall dann dabei rüberkommt. Um bei dem Eingangsbild zu bleiben, der schlechteste Fall eines Doppelpasses ist, dass er im Nirgendwo verschwindet. Das wäre schade, wenn wir Menschen verlören bei der Zukunft und der Perspektive dieses Landes. Der beste Fall ist, dass wir Brücken bauen, der beste Fall ist, dass wir tatsächlich die Menschen zusammenbringen und dass sie mit allem, was sie ausmacht, was sie können und was sie auch an Hoffnungen in diesem Land haben, das in Deutschland einbringen, sogar unter der Tatsache, dass sie irgendwann eine Entscheidung treffen, in diesem Land bleiben möchten, sich einbringen und ihre Zukunft gestalten. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christina Kampmann, SPD. Applaus